Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Hm. Was sollen wir hier hinten? Erstmal hier hinten gucken, aber ich glaube, hier ist nichts. Käfigstür öffnen. Erstmal angucken. Es ist gut, aber es gibt ein wenig Platz am Topf. Oh, du bist glücklich, ich bin so klein. Ja, wir sind. Oh, Clementine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nimm! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es ist okay, es ist okay, alles ist okay. Oh, kacke. Oh, kacke, es ist gut. Das war nicht so gut. Nein, es war nicht so gut, aber wir sind okay. Alles ist okay. Oh, ja. Was ist denn jetzt? Ich dachte, ich hörte einen Schuss. Wir sind okay. Wir haben ein paar Walkers. Was ist denn jetzt? Du und ein 8-jähriger versus drei von ihnen, huh? Wir haben es. Ja, es sieht aus. Was? Was? Was, wenn du nicht? Ich werde sicher, dass der Geräusch uns keine Probleme hat. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, du wirst wissen, was du mit ihr machst. Ich auch. Du bist sicher, du bist okay? Ja, ich bin ein bisschen schade. Es wird passen. Da beißt ihr Knie. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, Clementine. Wir haben es geschafft. Irgendwie ist alles leer hier, ey. Komm. Du bist sicher, du bist okay? Ja. Ich bin ein bisschen schade. Es wird passen. Komm, 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 Clementine. Wir müssen los. Okay. Aber ist das nicht dumm, wenn wir so den... Lastwagen da abschneiden. Runterlöten. Der runterfällt so mit Benzin und Diesel drin. Ist das nicht ein bisschen problematisch? Ein bisschen schlecht. Du solltest schnell mit dem Zusammenhang machen. Excellent. Ich komme da mit dir, um zu sehen. Erstmal nochmal reden hier mit ihr. Hi, Mädels. Hey. Wir haben versucht, sich an uns selbst zu sein. Clementine und ich. Also, du ziehst sie in eine schwarze, schwarze Gebäude, um Charakter zu bauen? Nicht genau. Ich denke, es ist eine gute Idee, um sich selbst herauszufinden. Für was es ist. Aber du bist smart über das, wie du? Du sagst sie, die Region für Dinge. Du solltest sie nicht auf den gleichen Ort schauen. Das ist ein Verzicht. Du bist der hell aus dem Ort, wie dieser Gebäude da oben. Especially wenn du nicht mehr als eine Art Weg zu rauskennen. Und du bist mehr Angst, von Gruppen von Menschen leben, als die Menschen zäbchen. Das wissen wir. Omeid und ich sind noch immer wieder, weil wir zwei. Nicht 6 oder 8 oder 10. Ich glaube nicht in die Nutzung. Und du solltest auch nicht. Als nächstes das Ding kommt, sind wir auf dem Weg. Ja. Und ich hoffe, dass wir nicht mehr Probleme aus dir haben. Ich versuche, dass du nicht. Okay. Hier kann ich nicht wieder hoch, ne? Nee. Zu Candy kann ich nicht, alles klar. Tanker anfassen. Es läuft Feuer bei Junge. Oh. Oh. Ah. Okay. Ich dachte, ich hatte da gerade was übersehen. Okay, dann würde ich sagen, reden wir mit... Omid. Gutes Argument. Gut, dass ich Klebeband gefunden habe. Gut, dass ich Klebeband gefunden habe. Gut, dass ich Klebeband gefunden habe. Das hält. Das hält. Das ist verrückt. Look at it go. Just about got it. Whoa. Thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Fire that thing up. I can't reach it now. Here. The weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? Huh. No. But I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Yeah. Shut up and start cutting. Oh God! Guys! There's something coming! What the what? There must be thousands. We gotta go! Fuck. Omid. Cut! I am! It's going! Pull me up! Shit! Auf die Treppe! Jimmy, go! Shit! What the hell do we do now? Oh God, this works. Holy crap! We gotta jump! What? No way! Oh God, oh God! Guys! Come on! Jump! No! Jump, dammit! Still no! Fine! No! Fine! No, no, no! Nein! Nein! Run! 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 Nein! Nein! Sie, nicht ich! Gritta, nein! Scheiße! Sie ist eine Frau! Sie wissen nicht? Baby... Es ist okay, Frau. Ich bin okay. Das war viel von ihnen. Hörst du dich? Nein. Wir sind okay. Sprich für dich selbst. Mein Bein ist verbrannt. Wir sind gut, Clementine. Wir sind gut. Hooooooly moly! Huch! Hm-mm! Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass es gerade eine Entscheidung war, die beiden zu retten. So. Aber okay. Sie haben beide überlebt, also ist alles fit. Und guten Abend, Chris. Alles fit bei dir. Ich komme jetzt ein bisschen spät. Ich glaube, die Episode ist gleich vorbei. Und dann wird der Stream auch vorbei sein. Hahaha. Ja, es ist übel regnerisch hier. Es ist richtig eklig. Next stop. The Atlantic. We have to find a boat. We just have to. We will. You'll be alright. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. Night. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Well. It sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Oh Gott. Ja, das Wetter allgemein ist momentan echt scheiße. Find ich. Ah, das ist ein bisschen dumm. Aber immerhin nicht so krass kalt mittlerweile. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here. We need to focus on finding the boat right now, Claire. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street. Now. Who the hell is this? Answer me dammit. So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. I will kill you. I feel so sorry. Whatever happened, it hurt Chris. I'll kill you very much. I'll kill you slowly. I'm not gonna let the carver go in. I'm gonna tell you the carver. Mädchen auf der Straße? Hast du Mädchen auf der Straße? Alles klar. 40% der Spieler haben sie nur erschossen. Echt? What? Lily zurückgelassen. 57% der Spieler nicht zurückgelassen. Alles klar. Hast mit Kenny gekämpft. Der Spieler gegen ihn gekämpft. Ich hab ja nicht gegen ihn gekämpft. Also nicht wirklich, zumindest. Hast du Daka schossen? Du und 79% der Spieler haben ihn erschossen. Alles klar. Hast du Omid geholfen? 75% der Spieler haben Omid geholfen. Alles klar. Hinter jeder Ecke. Oh, hab ich gerade aber steuert? Ist tut mir leid. Bin ja... Ist tut mir leid. Ne, es leckt nicht, wie es aussieht im Stream. Alles klar. Ich hoffe, es leckt wirklich nicht. Weil das wäre ein bisschen unlucky. Das wäre ein bisschen schlecht. Ein bisschen doof. Aber ja, okay. Jetzt hängt mein Bild. Also mein Game. Da-da-da-da-da-din. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Was die Problematik? Just get in. I'll figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit! She's stealing the RV! I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, then that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. We need to help find a boat. It's our best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. Okay, we'll look for them. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here, and you be sure to find me whether the lead wants you to or not. Now, what do I need? Who the fuck? I don't know, but I doubt we'll be happy when we find out. Feltel Games presentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Oh yeah! Nice. Oh, freu ich mich auf die Episode. Wir haben noch zwei Episoden, Leute. Und wir spielen zu Ende. Ähm. Sieht sehr verlassen aus. Bisschen. Episode 4. Hinter jeder Ecke. Can't I just hold it? Just for a little while? We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now, Clementine. Maybe later, okay? Okay. Okay. Leckt es doch? How's O'Neill? His legs are pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. You need to rest. You need to rest. You need to rest. Kenny, how much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? There sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. Hey! Hey, you up there! Dammit, Leigh. Keep quiet. You're gonna... Oops. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? What? So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut... Da rein... Na... ...